Nachholtermin gestern in der Oberliga Südwest. Das Oberligateam der SV Elversberg war Gastgeber gegen den 1. FC Saarbrücken. Und auch für 2500 Besucher. Die fanden den Weg bei strömendem Regen an die Kaiserländer. FCS-Abwehrchef Marcel Rosgoni. Er hatte in einem Interview vor der Partie Elversberg kurzerhand zu einem Stadtteil von Saarbrücken gemacht. Ich wollte damit eigentlich auch nur Elversberg aufwerden. Dass sie auch mal zu einer Großstadt gehören. Die Leistung des 1. FC Saarbrücken gab der SVE allerdings keinerlei Raum zur Entfaltung. Das Kräfteverhältnis eindeutig zugunsten des FCS. 16. Minute, das 1 zu 0 durch Michael Petry. Und 2000 Fans vom Saarbrücker Stadtteil Malstadt nach Elversberg gereist, ausgelassen. Noch vor der Pause traf der FCS zunächst Latte und Pfosten, um dann doch noch doppelt zuzuschlagen. Zuerst Heidarovic mit Saisontreffer Nr. 16 zum 2 zu 0. Und ebenfalls noch vor dem Gang in die Kabine, das 3 zu 0. Michael Petry, sein zweiter Treffer am gestrigen Abend. Ja, ich sage, wir müssen es auf die Kirche mal im Dorf lassen. Also 4 zu 0. Mir wäre lieber, wenn wir 2 zu 1 gewonnen hätten oder 1 zu 0, dann wäre die Euphorie wieder ein bisschen gedämpfter. Mit einem 4 zu 0 fängt man natürlich wieder an zu fantasieren und zu spinnen. Und wir wissen ja, wie das schon in der Vergangenheit hier gelaufen ist. Von daher denke ich, 4 zu 0 ist schön. Wir freuen uns und wir haben Samstags nächstes Spiel. Elversberg 2 brachte 6 Spieler aus dem Regionalliga-Team und war trotzdem überfordert. Das 4 zu 0 für Saarbrücken, dann durch Samar Mosain. Der FCS fällt die Kaiserlinde, spuckt keine großen Töne, kann sich aber rühmen, den Fans eine Gala-Vorstellung geboten zu haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.